Ali, hallo meine lieben Freunde. Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play MyCraft OneTown mit BlueCube. Hallo, hola. Und mit mir die BlueChanny. Und bei mir gibt es gerade so einen kleinen Wish-Effekt, das liegt aber darin, dass ich in den Hintergrund ein Video reinlogge. Aber ich, ja. Weißt du was, ich glaube, ich mach mal für die... Immer sagen, immer sagen, das ist mit Absicht. Ich glaube, ich mach für diese Folge mal kurz einen Shader raus. Bei wie viel FPS bin ich jetzt durchschnittlich? Bei 28 sogar weniger als normal. Ernsthaft? Sogar weniger als mit Shader? Willst du mich verarschen? Ich tue einen Shader wieder rein. Ohne Scherz, ich tue einen Shader wieder rein. Ähm, ich bin auch nicht geniessen. Ernst ehrlich? Ey, mein PC will ich mich grad verarschen. Ja, okay, shit happens. Ja, ich will nix. So. Okay, jetzt habe ich den Aufgang in letzter Folge gemacht. Du kannst es dir übrigens anschauen. Ein bisschen. Wenn du mal Zeit hast. Äh, ja, wenn ich schnell Zeit habe. Weil ich muss ja noch hier das fertig machen. Oder zumindest ein bisschen mal vorankommen hier. Oh. Ich baue so alt, als hätte ich gesoffen. Hast du doch auch. So. Ja, pscht. Das darf doch nicht jeder wissen. Nein. Tut mir leid. 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 Gut. Warte ich dir auch. Ansonsten kriegst du ein Dislike von mir. Ja, ich verstehe immer noch nicht, wer dieser Typ ist, der mir ständig Dislikes gibt. Ja, ich verstehe immer noch nicht, wer dieser Typ ist, der mir ständig Dislikes gibt. Entschuldigung. Er tappt. Nein. Das bist ja nicht du. Bist du dir da sicher? Natürlich bin ich mir da sicher. Ich kenn dich. So gut, ne? Warum hatte ich meine Rüstung ausgezogen? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, was du fragen hast. Ich hab dich gehört, Enderman. Aber er dich nicht. Ah, er hat mich nicht gehört. So, jetzt ist mein Ohr gejuckt. Ähm. Ich lasse das Stein rein. Das ist raus. Das ist rein. Äh, da. Stein. Oh, das ist auch Stein. 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 Stein Pflasterstein? Warum hab ich verfluchte Schitte einen Helm bei? Es kann nämlich sein, dass wenn du einen Helm dabei hast, dass vielleicht ein Typ das verloren hat. Also ein... Zombie. Und du hast da einfach mit eingesammelt. Könnte auch sein. Okay. Okay, dann geht's mal los, was ich jetzt wo hab. Zack. Ja, damit. Jetzt setzen wir mal erstmal hier alles. Weg. Was wir nicht brauchen. Ähm. Jetzt hab ich aber sonst alles rausgeschmissen. Warte mal. Zack. Und... Nein, das kommt schon. Und das da hier reinsetzen. Zack. Waffen, Werkzeug, Herze. Wie lange hab ich das gemacht? Drei. Okay, drei Blöcke. Wo kommt denn verfluchte Scheiße Rüstung hin? Wahrscheinlich da irgendwo bei der... Glas. Redstone. Sand. Alles mögliche, alles mögliche. Ich hab keine Käse für Rüstung. Wie kommt das denn? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, soll ich dir was sagen? Es sieht einfach episch aus. Von hier aus, das Dorf. Wenn es dann noch fertig alles ist. Wenn alles so schön gebaut ist, wie es sein sollte. Es sieht einfach so episch aus. Klar, was hängst du denn? Äh, ja. Es sieht... Hey, ganz ehrlich, ich bin stolz auf unser Dorf. Blätter, Holzstämme, Holzblätter. Aber ich kann mich selber nicht mit meinen eigenen Kisten hier aus. Das ist bitter, wenn du es nicht mehr auskennst. Sollst du mal mehr Zeit hier verbringen. Nee, du hast ein Projekt vorhin. Größeres, oder so, dass... Kannst du auch noch mal. So, Lapis können wir auch wieder hier reintun. Blöden Fackeln tun wir auch mal weg. Ach, komm schon. Bolle. Shit, happy. Und zwei verloren. Allein heute. Scheiße. Äh, tschö. Ähm, Steinstufen. Und wir stehen weg. Steinstufen. Drei raus, richtig. Da habe ich auch drei raus, richtig. Und, was sieht von da ungefähr aus? Äh, ich bin gerade in meinem Lager und hole ganz viele Steine. Ach, hier haben wir auch. Ach, du, vorhin hast auch ganz viele Steine. Genau so wie ich. Ich brauche, ich brauche extrem viel Steine. Ich brauche mega viel. Dito. Ich brauche langsam Kohle. Kohle? Also ich habe... Oh, sch! Ich habe Beine bei mir runtergesprungen. Ah, jetzt habe ich meine Nahrung vergessen. Toll. Nahrung! Das Wichtigste im Spiel ist das Wichtigste im Spiel. Stimmt. Oh. Nahrung und Stein. Ach. Definitiv Nahrung und Stein. Ganzes, fast ein ganzer Stack. Äpfeln ist der Eisbereich. Ja. Ich habe schon so viel verfressen auf dieser Baustelle. Oh, es ist dunkel. Ach, wieso mache ich nicht einfach Slashback? Stimmt. So, guck wieder da. Dein Turm sieht bis jetzt nett aus. Du hast da irgendwie Erde noch an der Seite unten? Ja, ich wollte hochreitern, ja. Hier ein Zombie. Wo? Wo? Da. Halt zum Maul. Stör. Danke. Oh, da hat noch ein Zombie. Können die Zombies einsehen aus Kilometern Entfernung? Ja, das Gefühl hatte ich auch ab und zu, aber tatsächlich ist es nicht so. Sicher? Ja. Du bist viel, ich komme zu mir. Ah, Mist. Ach, Marschender. Oh, Scheiße. Mist, stimmt da war ja was. Ah, da ist ja schon wieder ein Zombie. Ah, was machen die hier? Haben die kein zu Hause? Das sieht ein bisschen blöd aus. Mop. Nein, das sieht nicht gut aus. Gefällt mir nicht. Ernsthaft? Mann. So. Wir müssen irgendwie ein Plug-in mal reinhauen. Was ist ein Plug-in? Wo du... Wo die Sachen einfach automatisch nachrutschen. Das ist ein Mod, kein Plug-in. Gibt es bestimmt auch als Plug-in. Nein, leider nicht. Sehr sicher. Ja, weil es auf diesen... Weil es nämlich so ein Ding ist, das muss jeder eigentlich selbst separat installieren. Okay, dann installiere ich mir das selbst. Ja, dann muss er aber auch auf diesen Server installieren. Und dann muss jeder andere, der es auch aufnehmen will, kann er nicht auf den Server, weil er was nicht hat. Und dann muss... Das ist ein Schmerkproblem. Ja. Total ähnlich. Jünger Mann, das ist total ähnlich. So, kannst du mal bitte die Anfrage annehmen? Vorsicht. Jupp. Bitte. TPA accept. Danke dir. Höh, wo ist mein Turm? Junge, ich sehe nichts. Da. Wolltest du ja gerade zubauen. Ja, ich will hier seitlich auch was schauen. Scheiß Skelett. Da muss schon weiter. So. Passt doch. Gebt mir Steine. Scheiß Scheiß Skelett. Au. 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 Ich bin's auf jeden Fall nicht. Was ist ein anderer da? Du bist auch. Au. Warum tun die mir das an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Tja, du. Tja, du, 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 du, du. Tja, du, du, du. Tja, du, du, du. Oh voilà. Ach, Tac. Ach egal, der kann da bleiben. Au! Wo denn jetzt? Was ist denn? Hä? Jenny. Ja, bin hier. Du warst es wieder. Was ist denn? Da du ja beschissen unendlich feiler hast, kannst du das... Auf der ganzen Karte war kein Skelett. Echt? Und was ist das da hinten? Ich hab noch nicht weggelaufen. Was ist das da hinten? Ja, das ist ein Zombie. Ach was. Ja. Merkst du was? Find den Fehler. Du bist das. Aber ich seh ja deine Folgen ja immer regelmäßig an. Von daher weiß ich ja, ob du mich dann benötigst. Natürlich hab ich auf dich geschossen. Was glaubst du denn? Siehste? Auf dir ist kein Verlass. Oh mein Gott. Oh nein. Ich kann mich nicht auf dich verlassen. Ach übrigens, hast du Sand? Ich stehe doch nicht mehr. Die sagt so... Durch dir selber was. Mann, ich hab keinen Sand. Was denkst du, warum ich das von meinem Haus einfach abgebullet hab und das mit Erde aufgefüllt hab? Oh mein Gott. Da kommt ein Skelett. Ein Skelett. So. Wie sieht's denn jetzt schon von außen aus? Oh? Das ist auch noch ein Skelett, Mann. Komm, diesen Mistfisch. Zack, 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 zack. Oh, Slime. Oh, shit. Bei mir lagts. Autsch. Ja, es lag gerade bei mir ein bisschen. Hörst du mich? Klar. Okay. Leider zu deutlich. Leider zu deutlich? Boah, wo kommt... Ja. Boah, bay! Wo kommen die ganzen Fischer her? Kann man nicht in Ruhe bauen? Ah. Das sieht doch schon nett aus. Jetzt den ganzen müssen wir mal oben machen. Oi, Junge! Was? Diese... Das ist der falsche Stein. So. Das ist der richtige. Oh, Mann, ey. Ich glaube, wir sollten echt einstellen, dass da weniger Monster sind. Ganz ehrlich, wie das aussieht auf der Möp. Äh. No risk, no fun. No fun, no risk. Ich hör dich doch. Da oben ist er. Du brauchst nicht die Holzachse einfach benutzen. Woll dich nicht? Bist du verrückt? Nein. Warum? Ist doch einfacher. Ja, ist sicher einfacher. Aber wo ist denn hier der Spaß? Wo ist... Wo ist der Spaß? Ich brauch das nicht zu machen. Das ist dann der Spaß. Ich brauch noch viele, viele, viele Steine. Definitiv. Ja, du, das ist der erste, den ich mache, das weißt du. Und inzwischen auch noch so viel Stein, ganz ehrlich, das ist krass, was ich da alles brauch. Ja, aber das ist ja nur angenehmer. Ja, aber das ist ja nur angenehmer. Meine Wand wird ja zwei dick. Ja, ja, aber Junge, ich brauche euch so ein Projekt, was du da machst, als stelle ich das hier zu machen. Und übrigens, was mir einfällt? Das ist ja auch ein Problem. Hab ich nicht. Wie viele Minuten? Wir sind bei... 14 Minuten 20. Gut, liebe Leute, damit werden wir sagen, dass wir uns für diese Runde mal verabschieden. Zumindest haben wir die untere Etage jetzt schon so wie gut fertig. Achso. Jetzt ziehen wir noch schön die Decke hier rein. Jo, also bis zur nächsten Folge. Es ist der Turm, ist auch schon fast fertig. Können wir jetzt auch, wir können jetzt auch hin, aufzunehmen. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Okay. Bis dahin, Leute, ciao. Dann sehen wir uns bis nächste Woche. Ciao.